Musik Guten Morgen zusammen, liebe Kritiker der Atom in der Geburtsung, liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass Sie alle da sind. Wir brechen jetzt gleich auf. Für uns ist die rechte Fahrbahnseite gesperrt. Da gehen wir jetzt davor ein kleines Stückchen und dann rein in die Kraftwerkstraße. Zu Beginn aber noch eine Formalie, die versammlungsrechtlichen Regularien. Ich freue mich jetzt vor, dass ich mich als Versammlungsleiter zu erkennen gebe. Wir haben einen Bescheid. Drei Seiten, da stehen sehr, sehr viele Dinge drin, die wir niemals tun würden. Also kann ich glaube ich darauf verzichten, aber wir müssen uns halt so kalt, wie wir sie bei einem Buch geben. Wir gehen jetzt davor, vorne ist eine Bühne aufgebaut, anschließend nach den Ansprachen vor dem Stadtwerksort gehen wir wieder zurück. Hier werden dann die Versammlung beenden offiziell. Und dann gehen die ÖDP-Teilnehmer der Delegiertenversammlung vor zum Kirchenhof, wo dann unsere Veranstaltung stattfindet. Alles weitere Begrüßung machen wir jetzt da vorne bei der Bühne dann anschließend. Aber schon jetzt möchte ich mich bedanken bei der Polizei, die unser Versammlungsrecht schützt, jetzt beim Herrn Schempf und seinen Kolleginnen und Kollegen. Danke, dass Sie da sind und wir wirklich danken. Und jetzt würde ich sagen, dass wir dann dreier Reihen bilden. Atomkraft, nein, danke! Atomkraft, nein, danke! Atomkraft, nein, danke! So, was sind sie nicht in der Nähe? So, ich bin schon in der Nähe von Lern. Schatz, es ist offen. Das ist ein Schrauziger hier anders, die hier in der Mitte ist. Danke, danke. Ich wollte kurz sagen, hey. Es gibt ja wohl wie viel Strom das sehen. Ja, die Flüsse, alle drei, alle drei. Ja, das ist schön. Die kommen wir dann eben gleich. Ja, das ist ein super, super. Ja, ja, das ist ein sehr guter. Ja, das ist ein sehr guter Sturm. Ja, ich muss einmal. Die Fadelfinger. Ja, das ist ein sehr guter. Ja, das ist ein sehr guter Sturm. Ah, wunderbar. Super, ganz schön. Ja, das ist ein sehr guter Sturm. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gegnerinnen und Gegner der unverantwortbaren Atomkrafttechnik, nochmals ein herzliches Grüß Gott an euch alle. Ganz besonders begrüßen darf ich natürlich unsere Landesvorsitzende Agnes Becker und unsere stellvertretende Landesvorsitzende Martha Altweg-Klöbel, die stellvertretende Bezirksvorsitzende Daniela Blankenburg, den ehemaligen Landesvorsitzenden Bernhard Suttner, den örtlichen Landtagskandidaten Lorenz Heilmeier und viele Mandatsträger und Mitglieder. Danke, dass Sie alle da sind. Und natürlich die Vertreter der BÜFA und des BN, Frau Kathi Mühlbach-Sturm, mit weiteren Mitstreitern. Danke, dass Sie da sind. Oh, my God. Das war's für heute.